Ich kann nichts anderes machen. Oh nein, jetzt lasst du da schon wieder alles. Was mache ich denn hier? Es geht nicht! Wie? Nee. Liebe Mitarbeiterinnen, können Sie mir vielleicht jetzt hier weiterhelfen? Wie kann ich mit so einem Kommentar zum Beispiel umgehen? So wie wir das jetzt rausarbeiten... Was denn? Du kannst meinen Namen nicht sagen. Ach ja! Okay, nochmal. Aber Jule kann ich ja sagen, ne? Frau Jule kannst du ja so sagen. Ja, genau. So. Das ist ja super. Ja, das ist super strange. Ja? Okay. So machen wir das. Super! Ja! Okay. Ich hab keinen Nagel ab. Da kommt die her. Na? 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 Nee, ne? Warte, 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 warte. Zähl mal innerlich bis fünf. Und dann fängst du an. Bis fünf? Ja, oder bis drei. Aber nicht, wenn ich sage ja und dann sofort anfangen. Und dann kann ich das nicht schneiden, wenn zwischendurch keine Lippen sind. Ja, ich hab verstanden. Gut. Bing! Und ich sag, aber die suchen schon wieder, ne? Hast du? Wollen wir nochmal, was ich teile? Ja, okay. Auf jeden. Aber du musst glaube ich lauter sprechen, weil... ...richtig so euphorisch. Okay. Warte. Ja, ich kann das noch nicht so in das rein. Du weißt doch, ich bin das schon. Ah, der Junge. Jetzt ist freie Birne. War das jetzt gut, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Einen Durchlauf machen wir noch. Ja, und diesmal richtig laut. Alter Jude, guck mal! Die suchen Next Up, Mann! Das ist was für dich! Du musst voll ausrasten. Ich muss aber dann so lachen, wenn ich... Nein, muss jetzt nicht. Okay. Mein Ernst. Guck mal hier, wie findest du den? Ja, aber für einen Schuh viel zu teuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. So. Ich bin schon weggegangen, ja. Ich muss die loslegen. Halt mal. So. So. Hier haben wir noch die Decke wieder. Das ist okay. Hm, lecker! Ich wollte die eh waschen. Gott sei Dank haben wir genug Küchen. Wo es heute sein kann. Ich... Ich... einfach gleich noch mal würde ich sagen ich habe schon gedrückt ja gleich noch mal mache jetzt noch einmal und zwar schnell schnell hallo ihr lieben ich grüße euch ganz ganz herzlich und vor allem warte ich mal werbung zu youtube next ab hallo ihr lieben ich grüße euch ganz ganz herzlich zu einem neuen sowie auch hier oder du 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 Hey! Kacka! So. Becker Korat.